Und dann hat er da ein paar Leiter hoch. Das ist ein guter Plan. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Da fährt er hinten hin. Das ist der eine. So, wir müssten aber mal eben... Ich mag gar nicht in die Nähe von diesen Springdingern laufen. Hopp! Na, was ist das? Na, hoffen elektrische Teile. Okay. Warum ist die Tür da auf? Weiß man auch nicht so genau. Wo ist... Ach na. Gut, nehmen wir erstmal die Kamera. Da ist sie. Genau die Kamera wollte ich haben. Da hinten ist er. Okay. Ja, klar. Ist bestimmt keine Falle. Die Dinger sind cool gemacht, so. Bei dem an sich ist es fast wirklich ja schon möglich, mit so ein paar Sachen den ganzen Kram zu hacken. So. Na komm. Na, kein Strom. Können wir jetzt selbst nicht hacken. Gut, Strom ist wieder da. Gehackt. Keine Contents aufhalten. Gehackt. So, das heißt... Das Signal muss... So gehen. Damit da was passiert. Interessant, da müssen wir ankommen. Das heißt, wir müssen das freischalten. Das heißt, wir müssen das einmal drehen. Und wir müssen... Das und das drehen. Damit wir das so drehen können. Damit wir das wieder runter drehen. So. Hab gehackt. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Pledige Smartphone. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zugen dich immer an. Wie geht's dir reden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und, äh... Du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontaktzeit. Wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Melanchthon! Okay, erst mal. Du kannst dich beeilen. Ich bin im Bauch. Ich bin in Rettel. Das ist doch nicht ein Ersch? Dann war die Schmerzen. Die Schmerzen sind. Das ist doch gar nicht ein Ende. Auch die Schmerzen. Die Schmerzen sind. Auch die Schmerzen sind. Nee. JENS. Also, die Schmerzen sind. Das ist doch nicht ein Ersch. Dann bin ich ein Hecht. Kont wilde. Alles? Was ist denn da? Fuck, wie kann man denn da durch? Hey! Brauche Hilfe! Ist jemand da? Das war's für heute. 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 Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist... Ich dich nicht. Ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ein ganzes Menü. Ein ganzes Menü. Wir waren ein starkes Team. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merleau passiert ist. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Tot gesagt. volatility aber auch grütt die Die Chicago Police rufen den Leuten hinter dem heutigen Krieg geflagenden Daten aus. Ein Name nicht genannter Beamter sagt, dass sie verantwortlich sind, sich warm anziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020